Mein Name ist Franziska Ziener. Ich arbeite bei WOM in Ludwigstadt in der Schlaffertigung. Anfangs war es sehr ungewohnt, mit der Haube, mit dem Anzug, ungeschminkt, ohne Schmuck. Aber wir sehen ja alle gleich aus. Man macht sich nicht schmutzig. Gerade so als Frau, wenn du jetzt nach der Arbeit noch einen Termin hast, auf, rollt runter und los geht's. Wir haben bei uns in der Abteilung vom Alter Mitte 20 bis 60 alles dabei. Bei WOM lernt man nie aus. Ich habe bei WOM meinen Raumjob gefunden, weil ich sehr gerne im Team arbeite, mir die Kommunikation mit den Leuten sehr wichtig ist und weil man sehr familiär aufgenommen wird.